Hallo Entdeckerfreunde, heute habe ich ein ganz schnelles Experiment mit einer Kerze für euch. Ja, in diesem Experiment habe ich euch schon mal gezeigt, wie eine Kerze unter Wasser brennen kann, mit einem kleinen Trick. Und heute zeige ich euch das gleiche nochmal. Die Kerze brennt unter Wasser mit einem anderen Trick. Ich habe hier ein Glas und da habe ich eine Kerze drin und die zünde ich jetzt mal an. Und anschließend fülle ich Wasser in das Glas und passt mal auf. Tja, erstaunlich, oder? Das könnt ihr gerne mal nachmachen. Ist ganz einfach und zwar geht das so. So, die Kerze stand nicht im Glas, sondern hinterm Glas und mit der Kameraeinstellung kann ich das so filmen, dass es so aussieht, als wäre es im Glas gewesen. Wer genau hinschaut, hat es natürlich gesehen. In dem Moment, wo ich Wasser eingieße, wird die Kerzenflamme größer. Und das ist der optische Effekt. Diese Wassersäule hier wirkt wie eine dicke Lupe. Ja, das heißt, lasst euch nicht reinlegen. Überlegt, was passiert hier? Kann das überhaupt sein? Hier geht es wirklich darum, nicht alles zu glauben, was ihr seht und auch nicht alles zu glauben, was ihr denkt. Sondern erst mal einen Moment nachzudenken und vielleicht auch nachzumachen. Ja, das ist das Motto vom Entdecker Lab YouTube-Kanal. Nichts glauben, ausprobieren. Ich sage, bis nächsten Sonntag. Dann gibt es ein neues Experiment. Bleibt neugierig. Macht's gut. Tschüss.